Also das hier ist das Sieben-Tage-Buch mit einem schönen Spruch drauf, dem Glück muss man entgegen gehen, sonst weiß es ja gar nicht, wo es hin soll. Und dieses Sieben-Tage-Buch gibt es für jeden am Ende der Tour von ZAM geschenkt. Das Geheimnis des Sieben-Tage-Buchs und was man damit macht, das erfahrt ihr bei der Übergabe. Barfußherz